hallo hier ist martin von mannemankees dass die dax analyse für dienstag den 2.7 2024 und nach wie vor stellt sich wirklich die frage sehen wir hier eine flagge oder bilden wir uns das vielleicht anders event bedingt ein weil wir die ganze zeit irgendwelche fahren vor sich erhalten kriegen und das hier natürlich dahingehend aussieht aber spaß beiseite wir hatten darüber gesprochen dass die seminarteilnehmer den chart überarbeitet hatten das heißt die haben jetzt ihre eigene auf basis dessen was wir alles so gelernt haben ihre eigenen erkenntnisse eingebracht haben das gemeinsam zusammengestellt und die erwartungshaltung für den montag und dienstag niedergeschrieben aus der vorderen reihe kam von da von mir aus gesehen rechts vom ralf ja der channel hier der hatten zwar erst woanders angelegt wir hatten ihn dann aber über die anderen tiefs hier reingesetzt gehabt und hatten dann darüber nachgedacht was wir hier machen ich weiß gar nicht mehr wer es dann auch gesagt hatte ich kann irgendwo von von mir aus gesehen links hinten ich glaube der andreas oder vielleicht sogar der stefan hatten dann rein gerufen dass er ja vom oberen channel sich wahrscheinlich abstoßen würde und dann auch wieder bis zur mitte hinein laufen könnte weil das glaube ich auch von rechts kam aber fakt ist dass was wir sehen wollten dass der markt jetzt hier noch hoch an den channel geht hat man ja auch jetzt so in der gestrigen analyse eben dann vorgenommen oder vorgegeben das hat so geklappt ist direkt oben eingeöffnet hat auch gar nicht großartig hat zwar kurz versucht den channel von oben seiten aber übrigens bloß eine mikrosekunde und dann schon neuen ort runter gezogen und spielt damit erst mal noch die flacke aus das ist durchaus wichtig denn wir sind erst mal noch immer in der flacke und das heißt er hat noch immer die option die auch unten raus zu spielen ich weiß ihr wisst auch dass ich gesagt habe ich gehe nicht davon aus dass sie komplett richtig auflöst ich gehe davon aus dass es ja eine bullen oder eine bärenfalle vielleicht sogar wird diese flacke ja aber trotzdem noch sind wir in der flacke das heißt wenn unser dax am dienstag jetzt übernatürlich schwach werden sollte als was ist über natürlich aber das würde schon reichen wenn der unter der 2 40 irgendwo rum stiftet ja also wenn wir unter zwei wartet mal gott muss das schnell was in der ansicht wechseln weil der tagesschluss jetzt bei mir bei 3 8 ausgewiesen wird ich war der meinung ich hatte hier irgendwas mit 3 30 noch gesehen aber der haben sie wahrscheinlich den letzten kurs in xetra start hier wieder gut nach unten gesetzt ja war auch so ne der ist auf 3 30 noch hochgelaufen in den letzten minuten wurden auf 3 800 gesetzt aber das ändert nichts daran sollten wir hier tiefer gehen als 2 60 am dienstag für das vormittagstief ja also sollte am vormittag runterkommen unter 2 60 könnte ich ihm das noch verzeihen wenn er dabei nicht die 200 1 90 nach unten reißt sollte der aber sich hier in dem bereich in tief bilden dann in der mittags erholung reingehen und zum nachmittag noch mal eindringen und darunter wieder fallen auch unter diese 1 90 200 gehe ich davon aus dass wir hier einen weiteren kontakt hier unten kriegen und das sogar noch am dienstag ja und wenn er das macht kann es passieren dass er uns zum mittwoch einen eher untypischeren mittwoch bringt den eher umgekehrteren mittwoch wie man klassischerweise kennt dass er eben erst kurz nach oben anzug noch mal von der linie weg und dann nach unten durchfällt ja dann hätte hier quasi auf der flacke schöne auflagepunkte und könnte sich dann nach unten raus spielen das wären für den dachs vom verlauf her ein relativ typisches ich sag mal das szenario ja setzt aber wirklich voraus dass der dienstag schwach ist und wir quasi dieses bärische muss man ja sagt dieses bärische szenario dieser flacke bedienen ja weil wir hatten ja im seminar oder die seminarteilnehmer haben ja auch auf der ebene hier noch drüber gesprochen gehabt dass auch mit der sma 100 hier darunter ja platz bis 59 freigehen wird also wenn er diese 100 zerlegt dürfte man davon ausgehen dass wir am mittwoch dann wenn das wirklich so kommt dann hier unten landen setzt aber alles voraus dass wir am dienstag jetzt wirklich schwach notieren und runter gehen und da würde ich auch wirklich jetzt den cut machen und sagen das will ich aber auch wirklich erst sehen ich will wirklich erst sehen dass er unter dem montag drunter arbeitet und dann wird mir noch mal wichtig wie kommt er hier raus kommt dann am nachmittag noch mal tief oder kommt kein neues tief wenn er bloß am vormittag hier kurz dann wird das die nächste bärenfalle dann sticht er hier unten kurz rein am vormittag und dann zieht er sich hier mittwoch bis 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 mittwoch donnerstag oben raus das wird ganz 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 wichtig wie er sich dann hier unten verhält wenn er im bärischen szenario bleiben will also wenn er unten die flagge wirklich als flagge ausspielen will wenn das hier alles nur show ist und spaß und spiel und spannung pur wird er uns wahrscheinlich nicht einmal unter die 260 am dienstag drunter fallen sondern hier wieder oben drüber gehen wieder über die 3 60 drüber hinaus steigen und noch mal an die obere kante ran gehen vermutlich zum dienstag doch zum dienstag noch nicht einmal merklich drüber weil er wahrscheinlich dann erst zum mittwoch drüber springen wird ja deswegen wäre für mich den die für den dienstag für ein positives szenario aber wichtig dass über der 260 bleiben gelingt uns das und er bleibt hier oben stehen wird es sich schon zeitbedingt einfach wieder oben in die 420 rein 430 einer reinarbeiten sind wir sind aber trotzdem noch in einer in einem man muss schon sagen das sieht halt echt auch nach einem korrekturmuster aus das heißt wir haben starke hochs und tiefs die sich hier die ganze zeit schlagen gegenseitig man sollte dann auch jetzt nicht unbedingt mit was anderem rechnen ja das kann eben genauso worstig werden wie das jetzt hier am montag war ja auch zum dienstag plus vielleicht andersrum ja vielleicht hier ist er jetzt von oben nach unten und zur seite vielleicht macht das zum dienstag jetzt andersrum von unten nach oben und dann zur seite würde hier eben ganz gut reinpassen um dann eben dem tagesschart nachträglich dann hier oben den move noch zu machen ja da rein zu rutschen da rein zu rutschen dafür muss er den channel nach oben aufgelöst kriegen ja die flagge und das würde ihm gelingen wenn er am dienstag sich hochzieht schön oben dran liegen bleibt auch ein tagesschuss hier oben dran stellen dann können wir einfach drüber springen ja sollten wir aber unter 260 bleiben nehmen wir zu erkennen dass wir haben ja hier technisch bedingt auf jeden fall man man auch wenn man es nicht glaubt es ist dennoch von der formation vollkommen es wäre eine vollkommen legitime bärische flagge aber dazu muss er sie auch nach unten auflösen ja und das wird eben jetzt das das ist das entscheidende für diese war ja wie geht der markt damit jetzt um ja von der bewegung her vom abstoßen hier oben ja der pfeil der der zeit ist hier bis hier runter aber wir waren da unten schon ja das ist schon ausreichend wir haben es jetzt positiv so gezeichnet hätte ja blöd ausgesehen ja aber von der bewegung ist die intensität schon fertig also falls noch jemand jetzt hier den pfeil irgendwie bis zum schluss abtreten will dass das das bloß noch dazu gesagt dass das thema ist erledigt hätte man jetzt quasi ja so rüber setzen müssen und den hätte den hätte gesessen ja also das tief hier bei 260 gebt los zum vortag das hat ja prima geklappt vom gebt los auch direkt erst mal wieder bis 360 nach oben reagiert gut 100 punkte auf fast punkt genau auf dem geld plus nach oben gezogen und ja mir wird es wirklich wichtig gehen wir noch mal unter 260 wenn ja bilden wir hier ein schönes vormittagstiefs aus von dem wir uns wieder hochziehen nachmittag keine neuen teams bilden wäre das auch positiv zu werten kriegen wir aber geht er hier runter geht die richtung 290 und am nachmittag neue teams wird ziemlich bärisch und dann auch für in die restliche woche hinein ja dann kriegt er das potenzial wirklich mittwoch donnerstag und ein bisschen überraschungsmoment um frei zu legen okay ich mache hierzu ja wünsche allen viel erfolg und dann hören wir es morgen wieder bis dahin tschüss